Musik Das neue Jahr zeigt sich wild und stürmisch. Zwar bleibt es mit 11 Grad recht mild, dafür regnet es aber den ganzen Tag. Halten Sie Ihren Regenschirm morgen gut fest. Musik Der Mittwoch wird stürmisch. Einzelne Sturmböen können dabei bis zu 88 kmh schnell werden. Das entspricht der Windstärke 8 bis 9. Die Sonne lässt sich überhaupt nicht sehen und es regnet die meiste Zeit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 Grad. Auch am Donnerstag muss mit Windböen und Niederschlag gerechnet werden. Die Sonne zeigt sich nicht und es bleibt den ganzen Tag bewölkt und nass. Am Freitag liegen die Höchstwerte mit 11 Grad wieder im zweistelligen Bereich. Doch auch zum Wochenende verschont uns das kühle Nass nicht. Zwar zeigt sich bereits hin und wieder die Sonne, doch die meiste Zeit regnet es. Am Samstag scheint dann tatsächlich die Sonne zum ersten Mal in diesem Jahr für rund zwei Stunden. Es bleibt dabei überwiegend trocken. Die Maximalwerte liegen bei 8 Grad. Musik 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 Musik